Herzlich willkommen in einem neuen Video auf meinem Kanal, heute zeige ich euch die 10 besten Sniping Filter, wenn es euch auf jeden Fall gefällt, sehr sehr gerne einen Daumen hoch geben, wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen mit Trading, wenn ihr Millionen von Coins machen wollt, seid ihr genau richtig Freunde und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, ab geht's. Der erste Filter geht um Bällchenspieler, die werden für der SP7 nötig und die gehen alle für 850 weg, was macht ihr, ihr versucht die natürlich deutlich günstiger zu snipen, ich würde hier 650 ungefähr empfehlen und dann schaut ihr natürlich, ob ihr hier welche bekommt, wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan vom Snipen, hier mit der App, muss ich ganz klar sagen, aber ihr seht, den ersten haben wir sogar schon bekommen, Luke Bakio für 650, können wir auch direkt reinstellen, wie gesagt, 850 bekommen wir hier für jeden, deswegen ganz easy Methode, Freunde, das werdet ihr auch easy schaffen, diese Spieler zu snipen, die kommen hier en masse rein, der nächste, also ihr seht das, das ist wirklich, ich habe extra Filter rausgesucht, wo wirklich sehr sehr viel auf den Markt kommt, Freunde, ihr seht das hier, wie gesagt, direkt 2 Stück bekommen, ihr müsst hier natürlich schnell sein, ich persönlich bin jetzt hier nicht der schnellste, obwohl ich jetzt hier 2 bekommen habe, feiere ich es eher an der Konsole zu snipen und generell bin ich eher der Beat Spieler so und ja, wie gesagt, Freunde, ist schon in Ordnung snipen, aber wie gesagt, ich mache das nur, weil ihr mich gefragt habt, ob ich da mal ein Video zu hoch lade, deswegen zeige ich euch diese Sniping Filter heute, Freunde, so kommen und den nächsten bekommen, Freunde, für 400, sehr sehr nice, also ihr seht das, das ist sehr sehr einfach, diese Spieler zu bekommen, machen wir für 800 rein, diesmal sogar für 400 bekommen, ich würde sagen, ich gucke mal, dass wir noch eine Karte sehen und dann gehen wir zum nächsten Filter, Freunde, aber ihr seht, erste Filter kommt schon mal sehr sehr viel rein, wie gesagt, jeder Bälkenspieler geht halt für diesen Preis weg, das ist halt das Gute, ihr könnt Bronze, Silber, Gold Karten snipen, bei einer SPC braucht ihr nämlich 3 Stück von denen, dadurch sind die sehr sehr teuer aktuell, also die sind halt, ja, relativ teuer, 850 ist jetzt nicht die Welt, aber ist jetzt auch nicht so wenig, ne, Freunde, muss man ganz klar sagen, gucken wir mal, dass noch einer reinkommt, wenn nicht, ziehen wir trotzdem weiter, ja, sogar hier Rechtsverteidiger bekommen, stellen wir auch rein, 850, wie gesagt, ihr macht da immer 200, 300 Coins pro Karte, das ist schon stabil, wie ich finde, Freunde, wir gehen zu Filter Nummer 2, so, Freunde, die nächsten zwei Filter sind mit Positionskarten, ich habe auch zwei mit Chemistry Style Karten rausgesucht und danach gehen wir natürlich zu Spielern rüber, Freunde, ihr seht hier, RV zu RAV braucht ihr für eine SPC, für diese Fünferkette SPC, deswegen ist das sehr sehr teuer, also das kostet 850, was macht ihr, Freunde, ihr versucht das so auch hier für so 600 zu snipen, das kommt auch sehr sehr auf für 200 drauf, weil die Leute nicht denken, dass das was wert ist, ihr seht hier direkt zwei Karten, leider beide nicht bekommen, aber wie gesagt, auch hier kommt sehr sehr viel immer auf den Markt, ihr müsst einfach nur sehr sehr schnell sein, dann könnt ihr hier wirklich auch viele Münzen machen, Freunde, ich sage mit meinen Filtern hier, ist locker 200, 300.000 pro Tag möglich, also wenn ihr hier schnell seid, wie gesagt, hier die 500 bekommen, wie gesagt, die gehen für 900 ungefähr weg, nach einer Stunde oder 850, macht ihr gar nichts verkehrt, wenn ihr die für 600 bekommen, Freunde, gucken wir mal, dass wir noch eine bekommen, und dann gehen wir zu der nächsten Karte, ja, wie gesagt, hier für 200, die kommen sehr sehr oft für 200, wenn ihr schnell seid, geht das wirklich schnell und ihr seht hier, die nächste für 300 bekommen, ist relativ easy, Freunde, weil jetzt nicht wirklich so schwer, die zu bekommen, das ist wirklich eine sichere Methode, Freunde, weil diese Karten werden gebraucht, die werden dir immer verkauft bekommen, das ist das Gute, wie gesagt, ich suche euch ja immer Karten raus, die relevant sind und die sind halt relevant, weil man 5er Kette SPC machen muss und die meisten Spieler eben Rechtsverteidiger sind und die Leute halt diese Karte brauchen zum Umformen, dadurch sind diese Karten ein bisschen mehr wert, hier die nächste, easy, also ihr seht das, wie viele Karten hier reinkommen, machen wir aber auch weiter und gehen direkt zu der nächsten Methode, das ist dieselbe Karte, bloß auf der anderen Seite, linksverteidiger geht sogar für mehr wie 900, also ist gestiegen, ist bei 950, könnt ihr wahrscheinlich sogar für 1K verkaufen, ja, 950 bis 1K, was macht ihr? Ihr versucht das für maximal 800 zu holen, auch hier, wie gesagt, dasselbe Prinzip wie mit der anderen Karte, versucht ihr natürlich zu snipen, 600 ist sehr sehr günstig, leider nicht bekommen, aber wie gesagt, ihr seht das, hier kommen Karten en masse rein, Freunde, das sind wirklich sehr sehr gute Filter, wie gesagt, ich habe da auch schon ein bisschen gebraucht, die zu finden, aber wie gesagt, natürlich für euch suche ich die gerne raus, Freunde, weil ihr seht, natürlich bringen diese Filter was, wenn ihr natürlich merkt, oh, ein Filter wird sehr viel weggekauft, dann wechselt den Filter, weil, ja, wenn ihr jetzt den ersten Filter zum Beispiel macht, den werden dann halt sehr sehr viele machen, die das Video sehen, dann empfehle ich euch eher, macht einen Filter zwischendrin, da werden wahrscheinlich schon ein paar abgeschaltet haben, okay, hier für 800 ist jetzt nicht der beste Deal, aber nehmen wir trotzdem mit, wie gesagt, das sind trotzdem ein bisschen mehr wie 100 Münzen, die wir hier machen, ist jetzt nicht viel, aber wie gesagt, das Kleinvieh macht aus, Freunde, deswegen das völlig in Ordnung, ich würde gucken, sagen, wir gucken mal, ob wir noch eine bekommen, werde ich ziehen, wir weiter, komm, letzter Versuch, gönne noch eine, ne, wir gehen zu der nächsten, zum nächsten Filter, Freunde, Freunde, und das geht um Hunter, die gehen ungefähr zwischen 3.500 und 3.400 ungefähr weg, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr natürlich 3.500 machen, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, macht ihr 3.400, die würde ich empfehlen, für maximal 3K zu snipen, kommen auch relativ viele immer drauf, können wir auch mal gucken, dass wir hier welche bekommen, zwei Stück sogar, einen direkt bekommen, ist auf jeden Fall nice, wie gesagt, ich mache auf jeden Fall 3.500, weil, wie gesagt, ich habe halt die Münzen, dass ich das mir erlauben kann, dass die nach einer Stunde erst verkauft werden, wenn ihr natürlich wenig Münzen habt, stellt ihr natürlich so rein, dass diese Karten direkt weg sind, die nächste Karte kam hier rein, auch hier kommen oft welche für 2.000 zum Beispiel rein, und wie gesagt, selbst für 3.000 ist hier ein relativ guter Deal, weil ihr macht dann 350 ungefähr, wenn ihr die für 3.000 reinkommt, also die schlechteste Hunter-Karte, wo ihr für den teuersten Preis bekommt, macht ihr 350 Gewinn, was ich in Ordnung finde, wie gesagt, kommen die noch billiger rein, macht ihr natürlich noch viel, viel mehr Gewinn, wie gesagt, ihr geht hier natürlich manchmal auf 0, ja, 2.900 wäre jetzt ein guter Deal gewesen, natürlich, 2.900, schade, leider auch nicht bekommen, aber wie gesagt, für 3.500 kriegt ihr die immer eigentlich weg, nach einer Stunde, ihr könnt auch noch teurer machen, kommen, den nächsten bekommen, sehr gut, ist in Ordnung, machen wir jetzt hier wieder 3.500, naja, nicht 2.500, wir brauchen 3.500, weil Minus wollen wir nicht machen, so, gehen wir hier einfach runter auf 3.500 und rein damit, und dann gehen wir noch zu der nächsten Karte, die natürlich auch relevant ist, das ist der gute Shadow, der ist natürlich ein bisschen teurer, ich glaube 4.000 mittlerweile, ja, für 4.000 gehen die ungefähr weg, wir können auch gucken, ob die für 4.000 noch weggehen, auch für 4.000 könnt ihr die problemlos verkaufen, die würde ich halt empfehlen, für 3.600, 3.700 zu snipen, wie gesagt, 4.000 gehen die problemlos weg, ihr seht, okay, 3.700 sind jetzt relativ viele sogar da, könnt ihr mitnehmen, 3.700, also wenn ihr die für 3.700 snipet, ist halt nur 200 Gewinn, bei 3.600 ist 300 Gewinn, deswegen würde ich schon empfehlen, für 3.600, dass ihr bei so einer Karte wenigstens eure 300 Gewinn macht, weil das sollte schon bei so einer Karte drin sein, wer natürlich sagt, er ist mit 200 zufrieden, kann natürlich für 3.700 snipen, Freunde, ist euch überlassen, mit wie viel Gewinn ihr halt zufrieden seid, das muss jeder immer selber wissen, wie viel Gewinn wollt ihr machen, ihr könnt natürlich auch noch weiter runter gehen, hier 3.600 bekommen, stellen wir natürlich rein für 4.000 und 4.100, wie gesagt, nach einer Stunde sind diese Karten immer weg, so Freunde, die nächsten Filter sind alles mit Innenverteidiger, ich habe nachgeschaut, welche Positionen von jeder Liga am teuersten sind und das sind die Innenverteidiger, hier geht ihr auf Gold, Innenverteidiger, jetzt bin ich hier auf die Premier League gegangen, geht ihr auf Selten und schaut natürlich, was sind die billigsten von diesen Kosten ungefähr, okay, die sind wieder ein bisschen runter gegangen, 1.2 kriegt ihr eigentlich für jeden, ihr seht das nach 30 Minuten, 1.2, was macht ihr, snipet für 950 oder ihr könnt auch 1K snipen, ist halt jetzt da nicht so effektiv, aber wie gesagt, dann snipet ihr hier für 950, es kann natürlich auch sein, dass ihr hier Karten bekommt, die 3.000, 4.000 bekommen, ich habe hier auch schon in Lindelöf zum Beispiel gesehen, habe ich aber nicht bekommen, kann ich euch sagen, Freunde, das ist halt das Ding, könnt ihr natürlich auch gucken für 1K, was machen wir dann, wir gehen natürlich auf die nächste Liga, Ligue ist sogar, glaube ich, teurer mit Innenverteidiger, ja, die sollten 1.6 ungefähr kosten oder sogar noch teurer, okay, 1.8 gehen die problemlos weg, gehen die auch für 1, die gehen sogar für 1.9, vielleicht sogar 2.000, die sind gut angestiegen hier, okay, für 2, die gehen für über 2.000 weg, diese, das ist stark, das ist 2.000, bekommt ihr für jeden Liga-Verteidiger, was macht ihr, ihr versucht natürlich für 1.6 die zu snipen, könnt natürlich auch 1.7 machen, aber wenn ihr die für 1.5 oder so bekommt, ihr seht das hier, okay, den werden wir jetzt nicht mehr bekommen, okay, haben wir sogar bekommen, ich werde jetzt für 1.9 reinstellen, das ist ein Gewinn von 300 pro Karte, damit bin ich zufrieden, das ist völlig in Ordnung, also hier beide jetzt bekommen, also ihr seht, wie gesagt, Freunde, diese Methoden funktionieren, wundert, hat mich halt jetzt gewundert, dass bei der Premier League nichts kam, hier kamen direkt 2 Karten, auf einmal haben wir sogar beide bekommen, wie gesagt, die gehen nach einer Stunde weg, macht ihr gar nichts verkehrt, hier die nächste Karte, also ihr seht, wie viel hier reinkommt, Freunde, hier kommt On-Mask-Zeug rein, zack, zack, beide wieder bekommen, also ihr seht, super, das geht echt einfach, Freunde, machen wir rein diese Karten, so, okay, 1.7 wollte ich nicht machen, so, machen wir bei dem 1.9, zack, zack, und dann wechseln wir den Filter, also ihr seht, Leak-O-Filter klappt sehr, sehr gut, muss ich sagen, Freunde, ihr seht das ja, okay, hier der nächste, also wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht weiter sniben, ihr müsst halt immer schauen, wie lange hier die Zeit läuft, aber ihr seht das hier, okay, für 1.9 sind die nach einer Minute weg, dann müssten die ja auch gleich verkauft, theoretisch sein, komm, einen holen wir noch, weil die haben wir fast alle bekommen immer, muss man sagen, bis jetzt, also, da ist uns kein einziger jetzt durch die Lunte gegangen, die haben wir alle bekommen bis jetzt, war echt nice, gucken wir mal, ob wir noch einen bekommen, hier gibt es natürlich auch bessere Spiele, okay, wieder Kera bekommen, werden natürlich am Ende schauen, ob wir die direkt schon verkauft haben, diese Keras, wenn ja, ist das natürlich schon sehr, sehr stark, gehen wir zu der nächsten Methode, wie gesagt, die restlichen sind alle mit Innenverteidiger, Freunde, das ist von den ganzen Top-Ligen, Serie A ist sogar noch teurer, ihr seht das hier, Serie A, seltene Innenverteidiger, wer denkt, dass das seltene Innenverteidiger von Serie A 2.400 kosten, was macht ihr hier, 2.100 oder 2.000 sniben, 2.000 macht ihr da, 3.100, das würde ich auch so empfehlen, 2.000 zu sniben, wie gesagt, dann macht ihr hier auch wieder 3.100 pro Karte, wenn ihr sagt, 2.100 seid ihr zufrieden, geht auf 2.1 hoch, der ist sehr gut, für 750 wäre natürlich ein Big Win, weil der ist über 3K wert, dieser NKUNKU, also ihr seht hier, es kommen auch sehr, sehr oft gute Deals rein, Freunde, wo ihr halt direkt mal über 1.000 Münzen Gewinn macht pro Karte, das ist halt das Gute am Sniping, ihr könnt halt unfassbar gute Gewinne erzielen, mit einer einzigen Karte, das ist halt das Gute wirklich, deswegen zeige ich euch diese Filter, wollte ich euch extra zeigen, Freunde, wie gesagt, ich mache jetzt lieber bieten, aber für euch als Video zeige ich das gerne, okay, ein NKUNKU jetzt für 1.3 bekommen und der ist ungefähr 3.000 wert, also wie gesagt, stell dir jetzt für 2.8 rein, das ist ein Gewinn von 1.500, Minus Steuer 1.300, das ist trotzdem sehr, sehr gut, wie ich finde, stellen wir auf jeden Fall so rein, könnt ihr auf jeden Fall machen, wie gesagt, Freunde, es kommt bei den ganzen Filtern sehr, sehr viel rein, hier ein Bastos wäre natürlich auch lecker gewesen, haben wir jetzt nicht bekommen, aber wie gesagt, auch die gehen alle für mindestens 2.4 weg, eher noch teurer, macht ihr gar nichts verkehrt, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr leichte Methode, Freunde. Gehen wir weiter zu Bundesliga-Verteidiger, die sind deutlich günstiger, muss man sagen, muss man gucken, wie viel die aktuell stehen, 1 ungefähr, Freunde, was macht ihr hier, versucht ihr halt für 800, 850 zu bekommen, schaut natürlich eher in die Ligen, wo teurer sind, das ist natürlich die Premier League, die Serie A, ein bisschen interessanter, die Bundesliga-Innenverteidiger sind jetzt nicht so interessant hier für den Markt, also ihr seht, Bundesliga kommt jetzt auch nichts, ist jetzt wahrscheinlich der schlechteste Filter von den allen, aber kann man trotzdem zwischendurch schauen, La Liga hingegen ist, glaube ich, wieder ein bisschen teurer, ja, La Liga ist wieder teurer, gucken wir mal, gibt es halt nur ihn und ihn, für 1,1 gehen die weg, sage ich mal, auch die Bundesliga und La Liga gehen für 1,1 ungefähr, versucht ihr auch hier natürlich unter 900 zu bekommen, hier einen direkt für 850, leider nicht bekommen, 900 leider auch nicht bekommen, wie gesagt, müsst ihr einfach schnell sein, Freunde, wenn ihr zu langsam seid, bekommt ihr diese Karten leider nicht, aber wie gesagt, das sind sehr, sehr leichte Filter, so 900, den werden wir natürlich jetzt reinstellen für 1,2, so, weil wie gesagt, ihr könnt ihr auch ein leicht UV anbieten, wenn ihr jetzt 1,1 kosten, könnt ihr auch 1,2 machen, gehen dann auch relativ oft weg, Freunde, das müsst ihr wissen, es wird auch später noch ein Video kommen, mit den 10 besten Spielern zum Investieren, Freunde, heute Abend auch ein Livestream, kommt da gerne vorbei, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde.